»Ist das nicht Jim?«, sagte er. Ich erkannte ihn sofort. Es war Tommy. Er hatte schütteres, fast graues Haar. Aber die waagerechte Narbe über dem linken Auge war immer noch deutlich zu erkennen, weiß und silberglänzend. Er trug einen lila Mantel, den er bis oben zugeknöpft hatte. Der Mantel sah nicht billig aus. Tommy war ganz der Alter, offener Blick. Eine Spur unfokussiert. »Das stimmt«, sagte ich. »Mann, ich glaub's nicht, wie lang ist das jetzt her? 25 Jahre, 30?« Und ich sagte, »ungefähr, etwas mehr.« Er lächelte, »wir sind damals verschiedene Wege gegangen, stimmt's?« Er sagte es einfach so, ohne Wertung. »Das ist wahr«, sagte ich. Er lächelte, er freute sich, mich zu sehen. So kam es mir vor. »Und jetzt stehst du hier auf dieser Brücke mit dieser Mütze und angelst. Und ich komme in dieser Kiste hier an, die war nicht billig, das kann ich dir sagen. Aber ich kann sie mir leisten, Scheiße, ich könnte mir zwei davon kaufen oder mehr, wenn ich wollte, und bar bezahlen. Ist das nicht komisch?« Er lächelte. »Was denn?« »Dass sich die Dinge so entwickeln könnten. Verkehrt herum.« »Verkehrt herum«, dachte ich, »war es so?« Aber er sagte es nicht, um mich herunterzumachen, das würde er niemals tun, nicht, wenn er noch derselbe war wie damals, als wir jung waren. Er fand es einfach nur komisch. »Tja«, sagte ich, »da hast du recht, es ist schon komisch.« »Hast du was gefangen?«, sagte er. »Nein, heute ist wohl nicht mein Tag.« »Aber du brauchst den Fisch doch nicht, ich meine, zum Essen, ja, du verstehst schon.« »Nein, nein, nein, denn dann könnte ich dir helfen«, sagte er, und ich sagte nichts, und daraufhin sagte er, »das war eine bescheuerte Bemerkung, tut mir leid«, und sein Gesicht färbte sich sichtbar rot, und es sah so aus, als würde er zu viel trinken. »Ist schon in Ordnung«, sagte ich, »es war nicht in Ordnung, aber er war damals so wichtig für mich gewesen. Wir waren miteinander durch dick und dünn gegangen.«